Prinz Harry und Meghan Markle haben sich in die amerikanische Kultur gestürzt, indem sie ihre Kinder zu einer beliebten Halloween-Tradition mitgenommen haben. Prinz Harry und Meghan Markle haben gestern Abend anlässlich von Halloween mit ihren beiden Kindern Süßes oder Saures ausprobiert. Der Junge ist in leuchtendem Rosa gekleidet. Harry steht neben seiner Frau und hält Händchen mit Archie, der einen Eimer im Kürbisstiel in der Hand hält. Harry hält einen ähnlichen Behälter bereit, um die süßen Leckereien seiner Tochter einzusammeln. Das Bild zeigt sowohl den Herzog als auch die Herzogin von Sussex, die Hüte tragen, vielleicht um unter dem Radar zu bleiben. Es bleibt unklar, wo das Bild aufgenommen wurde, aber es scheint sich in der Nähe ihres Hauses in Monte Cito zu befinden. Der derzeit ungenutzte Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin, at Sussex Royal, wurde in dem Beitrag getaggt. Halloween scheint einer der Lieblingsfeiertage des Paares zu sein, nachdem sie zuvor darüber gesprochen hatten, die gruselige Jahreszeit mit Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihrem Ehemann Jack Brooksbank zu feiern. Im Oktober 2016, bevor ihre Beziehung der Öffentlichkeit bekannt wurde, besuchte das Paar eine Halloween-Party mit Eugenie und Jack. Eugenie und Jack. Eugenie und Jack.